Unseren Betrieb geht es seit ungefähr 70 Jahren. Ich bin jetzt in der dritten Generation hier Geschäftsführer. Für alle unsere Tätigkeitsbereiche, vom Austausch vom Dachfenster, von Zimmern und Dachdeckarbeiten bis hin zu schlüsselfertigen Gebäuden, im Wohnungsbau, im landwirtschaftlichen Bau oder auch im Gewerbebau. Servus, ich bin der Huber Stefan, bin seit 27 Jahren bei Bergmüller Holzbau, macht einen Riesenspaß, wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Chef. Was mir den besten Spaß macht, ist das Arbeiten mit Holz, das Arbeiten mit den Kollegen. Wenn der Kunde zufrieden ist und der danach sagt, super, schön ist es geworden und genau so will er es haben, das ist eigentlich das Wichtigste und das Schönste am Schluss heraus, wenn man vom Kunden noch mal Lob kriegt.